Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von City Skylines 2. Weiter geht's. Erstmal Strom und alles anschließen. Was ist hier? Was habt ihr für Probleme? Oh, diese Probleme müssen wir natürlich direkt bereinigen. So, Entschuldigung. Okay, so, die brauchen noch Strom da oben. Frage ist, kriegen wir den Strom von dort mit darüber? Funktioniert das? Das funktioniert perfekt. Okay, so, die Seite haben wir dann auch fertig. Also hier oben könnten wir, oh, oh, ich muss das Mikrofon bewegen. Ich habe irgendwo einen Wackelkontakt, ich habe mich immer noch nicht gefunden. Und dadurch, dass ich im Umzug bin, habe ich die Sachen schon weggeräumt, zum großen Teil. So, aber, die brauchen Büroflächen. Wolkenkratzer. Uhu. Okay, warte mal dann. Brauchen wir doch hier mal ein paar Wolkenkratzer. Uff. Okay, das werden ja wirklich Wolkenkratzer. So, hier oben kommt die Industrie hin. Habe ich ja schon angekündigt. So, hier ballern wir jetzt alles vor mit Industrie. Gucken, was wir brauchen oder was die brauchen. So. Die Industrie. Hier haben wir damit auch so gut wie fertig. Hier bauen wir nochmal Lebensmittel hin. Komisch, dass wir so wenig Wohnräume brauchen. Große. Große Mehrfamilienhäuser. Chemiefabrik. Okay. Okay. Die niedrige Miete führt zu geringer Steuereinnahme. Mittlere Dichte. Billige. Wohnhäuser mit hoher Dichte. Reihenhäuser. Gemischte Wohnen. Also, ich kann jetzt hier auf jeden Fall nochmal sowas hinbauen. Das ist nicht das Problem. Ich frage mich gerade nur... Was anderes. Aber okay. So. Hier fahren die LKWs rein. Hier ist eine Ampel. Die machen wir mal ganz kurz weg. Hier ist eine Ampel. Die machen wir ganz kurz weg. Weil da müsste eigentlich auch ein Kreisverkehr rein. Fällt mir gerade mal so auf. So. Perfekt. Da ist eine Ampel. Die wir dort auch auf jeden Fall nicht brauchen. Hier ebenfalls nicht. Warum fahren die denn da raus? Achso. Weil die hier angegliedert sind. Alles gut. Okay. Hier ist ein bisschen Stau, ne? Okay. Weil sie alle nicht Auto fahren können scheinbar. Die können scheinbar alle näher Auto fahren. Was bringst du denn? Frachtgetreide. 25 Kilo. Äh, Tonnen. Könnten wir nicht... Hm. Okay. Ähm. Also, wir hätten jetzt hier drei Haltestellen. Frage ist, lohnt sich dort schon eine Bahn? Ich würde nämlich jetzt hier ein U-Bahn-Depot hinbauen. Irgendwo. Hier zum Beispiel. So, dass es keinen stört. Ähm. Klack. Das bedeutet, wir machen hier so einen kleinen Feldweg rein. So. So. Und so. Dann sind die nämlich glücklich. Hier machen wir die Ampeln aus. Weil, wie gesagt, hier ist ein kleiner Feldweg. Ähm. So, warte mal. Ich glaube, der Feldweg muss ein bisschen länger sein. Ich glaube, der Feldweg muss ein bisschen länger sein. So. Okay. Feldweg. Check, check. Und jetzt würde ich tatsächlich gerne die U-Bahn bauen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Y'all got soul. So. Ähm. A raison d'etre. Mmh. My sister say, who used that playing to keep? It got more funk when you're using the team. Ähm. Wo ist die? Da. Wir müssen also einen großen Bogen machen. Das muss die größte Bogen machen sein. Okay. Ähm. Okay. Wir müssen das nochmal neu bauen. Hier sehe ich schon. Das mag er nicht. Ähm. Wir müssen zwei runter. Äh. So. Nee. Da fangen wir an. Und er geht zwei runter. Und on to our main feature store. The commercial district is booming. As the area is attracting more high-end stores. Ähm. Wo ist ich mehr? Da muss ich wieder bauen. Da muss ich wieder bauen. So ein bisschen. Üben. Ähm. So. Warte mal. Du. Kann ich nicht besser hier mitbauen? So. Und dann kommt die Spur hier dran. Oder geht das? Moment. Geht das? Ah. Okay. Das geht. Gut. Okay. Dann haben wir das angeschlossen. Dann. Schließen wir das an. Und dann schließen wir das an. Okay. Check. Check. Was hast du hier zu beschweren? Oh. Du hast zu beschweren. Ich bin gar nicht dran. Ich merke schon. Äh. Ja gut. Guter Plan, wa? So. Wie überlappen. So. Das ist dran. Das ist doch nicht dran. Hä? Hab ich... Ja, was ist denn das für ein Kack? Was ist denn das für ein Kack? Ähm. Warum verbindest du denn bitte nicht? Muss ich noch eine runtergehen? Ach. Das ist sogar minus 30. Natürlich. Man kennt es. So. Okay. Gut. Das und das ist fertig. Hier würde ich jetzt einen kleinen Wendekreis machen. Da der einfach auch wieder zurückfahren kann. Äh. Das heißt. Wir machen hier. So einen kleinen Wendekreis rein. So. Klack. Und dann würde ich ihn einfach zurückfahren lassen. Ähm. Da müssen wir hin. So. Neue Linie. Von. Hier. Nach. Ja, danke schön. Hier. Nach dort. Nach da. Nach hier. Nach dort. Nach. Nach dort. Okay. So. Da fährt schön ein Zug raus. Ich glaube wir als einen brauchen wir auch gar nicht. So. Und den werde ich dann halt immer weiter erweitern. Ähm. Die Frage, die ich mir jetzt noch gerade stelle ist. Hätten wir hier nicht ein Dingsrums hinbauen müssen? Äh. Also hier. So eine Verbindung. Wäre das nicht besser gewesen. Ähm. Das werden wir machen. So. Hier auch. Ähm. Einfach, dass die Leute da durchlaufen können. So, dass die Leute da durchlaufen können. Zur Haltestelle. Wo halt gar keiner ansteht. Wo halt gar keiner ansteht. Nö. Aber das ist egal. Das ist egal. Ähm. Das wird kommen. Das wird irgendwann. Kommen. Man muss nur fest dran glauben. Sipsi. Ähm. Okay. Wo müssen wir weitermachen? Wir brauchen immer noch blau. Ich weiß gar nicht. Wo sollen denn die ganzen Leute hin, die da kaufen. Einkaufen. Also irgendwie. Gesteine Logik komisch. So. Hier in dem Außengebiet machen wir wieder. Oh. Das ist nicht gut. Da müssen wir einmal so machen. Ähm. In den Außengebieten hier machen wir wieder Außengebiete. Um da einfach. Ähm. Auch diese Möglichkeiten zu bieten. Dann immer weiter nach innen. Würden dann halt immer größere. Äh. So. Der möchte immer noch. Flächen für den Einkauf haben. Also ich weiß nicht. Was er da vorhat. Aber wir bauen sie ihm. Und wir brauchen wieder Büroflächen. Die würde ich dann tatsächlich nochmal hier bauen. So. Okay. Ähm. Ja. Stau haben wir auf jeden Fall. In alle Richtungen. Weil ich schon wieder sehe. Dass das hier auf jeden Fall gar nicht funktioniert. Ich verstehe nicht. Diese. Diese Logik. Hä? So. Und. Nee, alles gut. Die Dreispure kommt erst unten hinzu. Die Dreispure kommt erst unten hinzu. So, was ist hier bitte? Ich sag ja, also hier ist oft Sachen sehr komisch. Okay, warte mal, warte mal. Wait a minute. Das kriegen wir, glaube ich, auch hin. Wir machen hier zweispurig draus. Und dann dürfte es doch besser laufen, oder? Das staut sich natürlich jetzt gerade noch ein bisschen zurück, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dadurch besser läuft. So, was ist hier? Hier ist die Auffahrt auf die. Dann würde ich die doch auch mal zweispurig machen. Und ihm sagen, Moment. Moment, ihm sagen, du darfst da langfahren. Du darfst aber nicht da langfahren. Somit dürfte das jetzt auch ein bisschen... Alter, was ist denn hier los? Okay, dann dürfte das schon mal ein bisschen besser laufen. Steht hier eine Ampel? Ja, hier steht eine Ampel. Warum steht hier eine Ampel? Weg damit. Weg damit. Hier auch. Hier auch. Hier, hier, hier. Hier. Alle Ampeln. Ich mag keine Ampeln. Ampeln ist der Graus. So. Warum biegen die hier alle nur einspurig ab? Das ist so das, was ich schon wieder nicht verstehe. Also, wir hätten ja hier eigentlich eine super Möglichkeit. Also, wir haben jetzt alle Staus tatsächlich wegbekommen. Aber jetzt hakt es an diesem hier. Okay, warte mal. Ich versuche mal was anderes. Ich versuche mal was anderes. Ist zwar vielleicht ein bisschen dämlich. Aber vielleicht auch nicht. Das werden wir jetzt gleich rausfinden. So. Und du darfst da nicht hin. Warum hast denn du? Okay, warte mal. Was passiert, wenn ich jetzt hier die Ampel weg mache? Ist dann komplett Feierabend? Ja, das ist komplett Feierabend. Was passiert, wenn ich hier Stoppschilder hinmache? Wie kann ich denn steuern, in welcher Richtung das Stoppschild ist? Das ist ja auch ein bisschen dämlich, ne? Okay, müssen wir das doch hinmachen. Aber damit läuft es auf jeden Fall meiner Ansicht nach besser, oder? Könnte das sein? Okay, wir müssen da noch was machen. Wir machen hier noch was. Und zwar den da. Und du darfst nicht mehr. Blub, 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 blub. Hm. Okay. Alter, was ist denn hier? Okay. Ja, gut. Ja, gut. Ich glaube, das hat nicht funktioniert, was ich eigentlich plane. Hier erwarten wenigstens fünf Personen. Das ist doch schon mal was. Und hier sitzen tatsächlich sieben Leute drin. Das ist auch was. Tja. Was habt ihr? Abwasserrückstau. Das dürfte aber eigentlich auch nicht der Fall sein. Abwasser. Das können wir doch. eigentlich hier irgendwo reinpumpen. Aber ihr habt gerade ein anderes Problem. Hier ist keine Küste mehr. Ja gut. Da da keine Küste mehr ist, werden wir einfach sowas bauen. Die Küste ist einfach weg. Die gibt es nicht mehr. Und jetzt dürftet ihr kein Abwasserproblem mehr haben. Ne, ihr habt nur andere Probleme. Krankenwagen und keine Ahnung. Okay, aber das ist doch auch schon wieder dämlich hier. Einen Kreisverkehr kann ich nicht neu einstellen. Hm. Also ein Kreisverkehr lief auf jeden Fall besser. Jetzt darf ich noch nicht mal mit dem Kreisverkehr anbauen, oder was? Alter, was ist denn das für ein Spiel? Also irgendwie fühle ich mich immer mehr wie so ein Beta-Tester. Ich weiß nicht warum. Also viele Sachen funktionieren nicht oder funktionieren wild. Also so, dass man denkt, so warum funktioniert denn das jetzt bitte nicht? Hier kann ich jetzt wieder Kreisverkehr hinbauen, oder was? So, und warum fahren jetzt da ja, das ist, das ist so und ich kann die nicht einstellen, oder was? Da sind doch zwei Spuren. Ach, das ist doch ein, das ist doch mach die scheiß Ampel weg. Also ganz ehrlich dieses Spiel macht mich gerade ein bisschen wahnsinnig. Vielleicht mache ich hier auch gerade einen Fehler, keine Ahnung. aber warum ist jetzt hier ein Stoppschild? Das ist, das ist unbeschreiblich. Das ist unbeschreiblich. Ich will hier gar nichts hinhaben. Ich will hier kein Topps, nein will ich alles nicht. So. Nein. Schließen. So, das machen wir hier jetzt auch noch mal. Perfekt. Und hier auch noch mal. Nein. So. Okay. Dann haben wir es jetzt, glaube ich. Aber viel besser läuft es dadurch jetzt auch nicht, tatsächlich. Viel besser läuft es da... Oha. Ähm. Was ist hier los? Was ist hier los? Warum habt ihr keinen Strom? warum habt ihr hier keinen Strom? Ach, weil das da oben nicht mit dem da unten angeschlossen ist, oder was? Warte mal. Äh. Das kriegen wir doch hin, oder? So. Habt ihr jetzt wieder genug Strom? Jetzt fehlt Wasser. Okay. Wie kann jetzt Wasser fehlen? Hier läuft gar kein Wasser mehr durch. Hier auch nicht. Äh. Da auch nicht. Hier oben ist aber noch genug Wasser, oder was? Hä? Hä? Ich hab doch am Wasser gar nichts gemacht. Warum läuft hier kein Wasser durch? Ah. Deswegen. Und deswegen. Und deswegen. So. Okay. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall alle wieder Wasser. Jetzt müssen wir das Stromproblem noch lösen. Ach so, weil ich da... Hm. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ja, ist okay. Äh. Ich hab verstanden. Das war tatsächlich wirklich meiner. So. Und jetzt sind sie gleich alle wieder glücklich. So. Guck mal. Ja. Okay. Ähm. Ja. Verkehr. Immer noch Katze. Kotze, Kotze. Ich danke aber fürs Einschalten. Ich danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich danke euch.